Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Hey Coco. It's my baby. I am a business owner. I run a restaurant in Abbassard called Mitch and I've had it for 5 years. I'm also the president of the Abbassard Downtown Business Association. Look, look. Yeah. Das neue Geschirr. Elisabeth hat's gesehen und wird das natürlich unbedingt haben. Ist. Ist schön. Was führt dich denn her? Ich... Ich wollte fragen, ob ich... Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar mein ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich's gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Och. Ach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017